Die ganze heile Welt, alles ist voller Göttinnen in Herzen und wenn wir beten, dann wachsen uns Flügel und was weiß ich. So, suchen wir erstmal den Steg, dann können wir hier erstmal loslegen. Losfahren. Da. Kein Monster. Na, willst du mich anspringen? Willst du mich anspringen? Hm, spring mich an. Spring mich an. Na, 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 okay, willst du doch nicht. Schlammsmonster. Ich muss nicht mal meinen Mund, äh, Schienen anzuspringen. Irgendwo hier muss der Steg sein. Hm, da. Ist das da vorne eine? Ja. Ich mag das Schiff nicht. Aber, eh. Komm, fahr. Komm, jetzt steig aber raus. Ja, nein. Ja, ach, endlich. Ach, jetzt kommt einer direkt frontal rein. Ach, diese dummen Blumen, die mag ich nicht. Eis, ne? Die Pflanzen haben eine Eisschwäche. So viel dazu. Die Pflanzen haben eine Eisschwäche. Was macht der gar keinen Käfer an? Ähm. Das bin's ja jetzt. So viel dazu. Ja, ich weiß. Ach, das ist so. Ich muss das Ding auch raus. Schauen die Schiff. Genau, das ist so. Ach, das ist so. Oh, ich weiß. Oh, was weiß. Oh, was weiß. Oh, ich weiß. Ich bin die Miso-Suppe. Lass diese Miso auswählen! I-I-I-I-I... ärger, die Miso sind dran! Ich muss dich erst fertig werden! Vierer, ich muss dich dabei auswählen! Tobi, komm weg! Das ist ziemlich gut! Tobi, 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 Tobi! Ich will dich nicht mehr! Wie ich erwartet habe! Ich weiß nicht, warum das überhaupt so heißt. China hat auch ein schönes Kozum. Ich weiß auch nicht gerade, wie es heißt. Und... Ja. Das so geht sich da gar nichts mehr. War noch nicht... Warum zum Teufel leckt das jetzt so übel? Ich sehe hier Standbilder alle 10 Sekunden. Oh, das ist ja so, dass wir alle zwei sind, aber wir wollen auch nicht übertreiben. Dann kommen wir wenigstens in den Hausett, will ich reinkommen irgendwie? Vielleicht geht's dann mal ein bisschen besser? Mach mal, zickzack. Bei mir sieht es aus, als würde sich schneller teleportieren. Hm, wir müssen schnell verlaut, mal reinzukommen, wenn es klingt, will ein bisschen heilen gehen. Also, der Sound läuft gut. Nicht so weit. Teleport. Komm in der grünen Heide. Ach, weiß ich, egal. Jo, will ich haben. Angenehm Aufenthalt. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ach, gut. Auf Wiedersehen, dann sprechen wir mal eben hier schnell. Wenn ich am Speichererkreis vorbeilaufe. Ja, wahr. Dahin. So. Dann mach hier mal kurz einen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. So. Und ohne Lex diesmal. Schon gleich viel besser. Jetzt kommt der Kekatsi. Oh, Ritter. Das sind sie, die gewandten Kriminellen! Ach, Scheiße, nicht die Papal-Kritten wieder. Warum zeigen sie immer, wo wir gehen? Ach, okay, gut, wenn es nicht der Master Zellos ist. Ich glaube, dass ihr gut seid. Dramatische. Schace. Ich will erst mal sehen, wie ihr am Leben bleibt. Wir werden gleich wieder Lighting-Tiger-Blade machen. Dann machen wir jetzt weg. Weil die haben auch eine Donner-Strechung. Lighting! Lighting-Tiger-Blade! Ich lass mich nicht mehr weg. Ich lass mich nicht mehr weg. Dann... Ich lass mich jetzt aufhören. Au! Was lassen hier für eine Bibel-Attacke? Was ist hier noch flink, oder was? Ich will den anderen auch einmal bitte. Wir haben nur 9600, das ist ja billig. Ich mach ihn mit einer Combo hier schon... Upp, Upp, 2500 Schaden! Boah! Was ist so... Ja! Na, na! Und, tschüss! Halt doch! Halt doch! Und, tschüss! Wenn ich sage, du stirbst, dann stirbst du! Wir haben gewonnen, zu gewinnen! Es ist wieder meine Schuld. Ich bin sehr sorry, alle! Einen... Jungs! Sie sind auch nach meinem Leben. Der Professor und Gina sind gegründet, weil sie Halb-Elfen sind. Shina ist von Mizuho, jetzt eine Stadt von Traitorern. Und Regal ist auch ein Traitor. Was so viel heißt, ich bin der Einzige hinter dem sie nicht Herr sind. Haha! Danke. Halt doch nicht. Halt doch nicht zu denken, dass alles deine Schuld ist. Entschuldigung, Lloyd. Du musst nicht dafür entspringen. Colette! Professor! Colette! Sie riecht einen Fieber. Aber was könnte so viel Schmerzen passieren? Moe... Bitte lasse das... mir... Prisea? Okay... Halt doch, Prisea! Schön, Prisea! Lass mich! Corinne! Ich bin Roda Isle, der größte Schmerz des Desaion Grand Cardinals. Ich hoffe, dass du mir nicht interessierst, den gewollten Einen zu nehmen. Desaion? Warum sind die Desaions in Tepeola? Huwette! Und da waren wir Prisea zurückgekommen. Na ja, komm, das blieb endlich weg. Was hat sie so angebracht? Ich habe den Schmerz. Mit diesem, sollte sie zu ihrer echten Selbst zurückgekommen. Huh? Prisea, bist du okay? Was? Was mache ich? Wo ist mein Vater? Was habe ich gemacht? Boah! Was ist das für ein Schrei? Okay. Ich hoffe, dass ich so was drauf hat. Ich hoffe, dass er so was drauf hat. Untertitelung. BR 2018